Renault stellt sein von Grund auf neu entwickeltes Megane Coupé Cabriolet vor. Blickfang des Viersitzers ist sein zweigeteiltes Panoramaglasdach. 21 Sekunden dauert es, das Coupé vollautomatisch in ein Cabriolet zu verwandeln. Für ein optimales Cabriogefühl und einen komfortablen Einstieg sorgt die um 10 cm nach vorne gerückte Windschutzscheibe. Mitte Juni kommt das Megane Coupé Cabriolet auf den Markt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017